Servus Leute, neues Video auf YouTube. Ich bin der Jonas. Heute war ein geisteskranker Tag. Der Nico und ich fahren gerade aus Heidelberg nach Hause. Da war heute Season Opening Event und wir haben ultra geile Labs gemacht. Einfach Rub-Off ziemlich eskaliert. Mich hat es übelst auf die Fresse gehauen. Und die ersten zwei Mal waren einfach gar nichts. Aber war witzig, war ultra geil. Genau, wir haben auf jeden Fall ein paar geile Labs gemacht auf der Downhill, auf dem Tannenzäpfle und auch so drumherum noch ein paar Labs. Ich schneide euch einfach ein paar GoPro Clips zusammen. Ich hoffe euch gefällt das Video. Wie immer, ich wünsche euch viel Spaß und würde sagen, Sonnenuntergang ist am Start. Let's go, viel Spaß mit dem Video. Ja, boi. Haha, go ahead. Oh, secret lines. Haha. Haha, Junge. Oh, Junge. Haha, Junge. Haha, Alter. Haha, Junge. geil alter mein vorderrad war wieder im urlaub geil direkt mal felgendurchschlag oh gott 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 Jaa, Inge! Jaa, Inge! Jaa, Inge! Ja! Okay, Zane Zepfle, last run with the boys, komplette Squat, Nico vor mir, yeah boy! Bye! Woohoo! Wow! Oh! Wow! 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 So, mit dem Sonnenuntergang im Hintergrund war es das von dem Video. Ich hoffe euch hat es gefallen, wie immer. Abonniert den Kanal, damit ihr kein Video verpasst und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Radfahren und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut! Ciao! Ciao!